Warte, ich komm gleich mal wieder. Wo willst du hin? Er will entfliehen. Er versucht dem Wahnsinn zu entkommen. Julian, das schafft keiner. Äh, ich wollte einmal machen. Hier ist noch Eis, ne? Ich hab... Ich brauch jetzt nur noch ein bisschen Wasser und das ist unten gewesen. Warte, ich hab hier noch ein bisschen Sachen vor euch. Okay. Huch! Wir haben noch ein paar Sachen für dich. I need some water to you. So, ich biet mit hier rein. Was? Und Pistens. Sein, äh, sein Zeug ist das auch in der Kiste. Also, Julian, das ist ein gutes Zeug. So, warte, is where I need some water to you. Kannst auch gleich in die Kiste tun, das holt sich du gar nicht ab. I don't have fuckling to in Harbin. And that's Aaron. Wenn das so ewig lang Wasserquellen. Wir haben kein Holz mehr, es kann noch nicht sein. Er hat not fun. Warum wollte sich wieder hoch? Ich brauche noch Wasser. Ich brauche noch Wasser. Ich kann hier Wasser beschaffen. Ich kann hier alles beschaffen. Was? Ich kann hier alles beschaffen. Was? Was? Soll ich was erholen oder was? Äh, ja, ein Eimer voll. Oder vielleicht finde ich hier was. Also, ich hab mir gesagt, ich hab was, ich hab was. Wir müssen meine Höhle gewonnen. Ja. Durch meinen kleinen Weg. Und es nirgends so. Jetzt will ich doch Sand oder Glas da unten? Äh, keine Ahnung. Nein. Wir sind ja alles. Ne, ja, nicht so wirklich. So, eins, zwei, drei. Und wo ist die andere Wasser-Eimer da? Okay. Ähm. Eisen. Dann überlegen. Eins, zwei. Die sollen alle dahin gespielt werden. Das heißt, zwei, drei, vier, fünf, ach komm, sechs, sieben, acht. Das dürfte klappen. Gucken wir mal. Ja. Ja, das klappt's. Jus. Nein! Scheiße. Oder? Klappt das? Ja, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab nichts gesagt. Doch. Ach, scheiße. Nichts. Das ist kaputt. Redstone hab ich gefunden. Toll, Judo. Toll, Judo. Toll. Dann bring's mit. Bist du bestimmt voll stolz auf dich. Warte mal. Nee. Nicht wirklich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So und dann noch da. Und so und dann noch da. Und dann haben wir das. Äh, wo ist die Fackel? Da ist die Fackel. Da ist die Fackel. Was? Ich brauche einen neuen Wasser. Neuem Wasser brauchen wir alle. Holen neuem Wasser. So. Na komm. Oh nein, Wasser. Ich hasse Wasser. Okay, dann können wir sie alle töten. Okay, dann können wir sie alle töten. Du weißt, wie ich das meinen. Ne, was? Gar mehr vor der Wien. Oh, was du Jumin. Nein. Ich meine U-Bahn. Ah ja. Dann nimm super Spitzsack. Ja, der macht das Wasser kaputt, ne? Oh. Warum nicht? Ne, was soll der Schwachsinn eigentlich? Was soll der ganze Schwachsinn mit dem Glas? Dieses kleine Stück, hier kann ich auch noch mal eben mit der Erde auslegen. Ich kann's jetzt aggro nicht? Ich bin jetzt aggro. Das freut mich. Agro-Wirtschaft. Das heißt aggro-wirtschaft, du, 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 du. Ne, aggro-business genau so war das. Du, du, du. Das hatten wir mal. Erdkunden. Geh einfach weg. Warte mal, wenn die hier reingeschmissen. Okay. Ähm. Wo bin ich jetzt bitte? Weg. Kann das sein? Ich hab grad nen Hügel aufgemacht, aber bin ich irgendwo ner Wand drin. Schön. Was bin ich hier eigentlich für'n Scheiß? Ich komme nicht mehr raus. Okay. Ich versteh nicht, was ich hier baue. Was Luca baut, das weiß noch Gott. Na wer? Was man denn kennt? Wo wohnt der? Der wohnt überall. Er sieht alles. Er ist wie ein Diktator. Zigeuner? Aber er liebt uns natürlich alle. Es ist Digeuner? Boah. Leben überall. Boah. 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 Es ist halb. Cool. Halb zwölf. Diebronne� Kraft und Jangook. Genauso wie ich früher gesagt hab. In der ersten Folge von LP. Das war nochmal Singleplayer. Willkommen zu Maimkräft. Maimkräft. Das ist Maimkräft. Das ist ein wirklich tolles Spiel. da kräftet man in der ersten Fall hat irgendwas anderes bescheuertes gesagt ja wir haben was haben wir gesagt war recht hochklettern Prozent genau waagerecht hochklettern das ganze Video hat sogar schon zehn aufrufen aber wir haben einen er hat noch einen positiven Kommentar und das ist doch immer schon mal was recht weg 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 aber ich komme nicht mal wieder er will entfliehen er versucht im Wahnsinn zu entkommen hier in der Schriftkrieg ganz normal bitte mich gar nicht erst rum ich muss erst mal die da 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 hat er da 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 hat er da hat es geholfen nicht so wirklich er kommt ein Spinn durch eine Spinnung durch durch 2 Breite und ein Buch ich weiß deswegen ist es ein Buch aber versetzt dann jeder weiß nicht weiß aber als er noch mit zwei er hat schon das muss guck dir sein er genau ich hoffe es ist immer eben zu dir ich will sein wenn ich was zu tun hätte werden sowohl zu lernen der ist weg einstirbt wir wollen das eigentlich machen mit der Anbindung der Monsterfalle also irgendwie dort da ich meine wollen wir dann von dem Prozent von den Wert schon haben irgendwo eine Abzweigung machen oder wollen wir einen ganz neuen Graben vom Lagerraum aus die Akkinder als 90 der deswegen frage ich doch in unserem Unterdienst und am Strand was kommt der Bank nicht stimmt 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 das ist klug gedacht so dann geht es anders 3 1 2 1 2 3 1 2 3 so und dann die Wand Jut Jut so machen wir das macht das mal sowieso also von daher ja dann dann lass dich nicht aufhalten na na so das weg und das weg so ganz kurz wo ist meine Fackel da ist meine Fackel cool ich liebe diese Vorspitzhacke cool ne ja richtig richtig aber auch richtig und das müssten wir dann heute hier geht es überhaupt eigentlich schon aber wie war das in der Durchgang da oben 1 2 1 2 3 1 2 Scheiße oder ist der nur 1 2 breit? warte mal dann wäre das ja hier 1 2 da ich würde auch nicht gehen Juer kommt gerade in Skype wieder unten und da ist er auch schon wieder hm was im Spiel ja ja mal sehen wie das macht und dann ähm irgendwie wird das hier schon klappen ich müsste irgendwie die Leiter anders machen das wird sonst nichts ja ich bin gerade damit beschäftigt Sand durch die Erde zu ersetzen schön das freie mich Julian hat glaube ich was geschrieben oder? ich kann nicht sagen ah ne das war nicht was anderes schon gut weil die Garten in der Meldung kam ähm überlegen das muss anders und deswegen muss das so 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 und so cool ich kann was ähm du hast du die Pistons irgendwo hingepackt? äh die drei Pistons liegen in der Kiste in der unteren Kiste cool hier kommt dann der Schalter lang und ja ok das ist ja immer keine Sticky Pistons ne? ne ne ich versuche es mal ohne zu machen gut wir können ja mit Kies arbeiten beschämig und Glas brauchen wir auch noch wir könnten ja eigentlich auch mit Dings arbeiten aber ne Despenser ne ne ja da müssen wir jetzt wieder neuen Kram scheiße Zombie das nicht mit das nicht mit das nicht mit und das ähm ähm oh Alter ja ich hasse das auch stimmt ich kann Dings mit dem ein Hebel und Glas brauchen wir auch noch äh ne 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 sag ich doch immer aber du hörst ja nicht auf mich ne ne warum soll ich auf dich hören? pfff lol da ist ein Julian aber er spricht nicht er hat seine Stimme verloren äh wo ist der? ach da ist er ja ja mein Internet war kurz weg das wusstest du vorher schon? ne ich geh mal kurz mein Internet ist gleich weg ach so ne ich bin kurz weg ach so weil irgendwas nicht gestimmt hat und dann ja ja war's weg natürlich hab noch was für dich Pistons? so ähnlich toll ich brauch Pistons wir haben aber kein Holz mehr hier ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 13 14 natürlich nicht ja er kann schon bis 15 zählen ja wir bräuchten auch noch Glas wie kommen wir hier nochmal raus? nach oben einfach nach oben grad wir haben noch keinen festen Weg oder doch? nein siehst du ja jetzt gehst du hier lang ne? so hier und dann 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 ja 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 und dann musst du folgen das hier guck geh weg dann müssen wir nach oben und es regnet und es ist nacht nicht ach gut ich mach es aua so das ist falsche richtung da ist es dir ge... ich habe nur einen Block gesetzt das waren zwei oder zwei ja das ist schon zu viel so geht das aber nicht guck mal ein Enderman und er hat mich gesehen oh nein ich höre einen ich höre gerade einen du hast mich nicht gesehen und er hat mich gesehen ich kriege mal hin um deine Sachen einzusammeln gib mir deine Perle ich weiß gar nicht wo du bist ach da ne aua scheiße der Enderman kommt noch rum da die ist sch